Du Hurensohn! Oh! Mann! Du spawst nicht! Ich spawst einfach mitten in der Innenstadt! Ich spawst einfach zwei Kilometer weiter! Hier, hier, Fahrzeug. Ich glaub da kannst du sogar schießen, wenn du einsteigst. Wo bist'n du? Ah ja, moin! Das ist wohl mal gar nicht an der Innenstadt, bist du da drin! Ah, tatsächlich, wo bist du? Keine Ahnung! Alter! Ich hab' ich... Ey, jetzt hab' ich die Brille! Ich will doch nur mein Auto tunen! Es steht auf'm Kopf! Kipp das mal in Bitter um! Danke! Alter, die Farbe ist mega nice! Orange! Einfach komplett schrottig, Herren! Die qualmt auch schon, Digga! Es qualmt! Es qualmt auch schon! Es qualmt auch schon! Mal hier, ich kann damit... Test fahren! Auf der Teststrecke! Jetzt kann ich einfach im Parkhaus rumfahren! Ah, natürlich! Ich glaub ich bin bald hier! Auf der Teststrecke! Ja, moin! Ich kann hier Zeitrennen! Ah, ich kann hier Zeitrennen! Fahr mal zu mir hier hinten! Ich weiß nicht, ob du es auch hier starten kannst! Geh mal auf direktes Duell! Ich kann nicht mehr, weil ich hier irgendwie was anderes gestartet hab! Ich hab hier ein Zeitrennen gestartet! Ja, ich hab direkt das Duell gestartet, du! Jetzt fahr ich mit mir selber hin! Jetzt fahr ich mit mir selber hin! Was musst du machen beim Duell? Oder geht es nur zu zweit? Ich muss auf einer anderen Spieler warten! Ich weiß nicht, wie lange das hier geht! Oh, es gibt einfach noch eine Runde! Oder kann ich einfach aufhören? Ah, hier! Hier kann man einfach hochfahren! Oder auch nicht! Perfekt! Hä, kann ich jetzt irgendwie wieder aufhören? Oder... Hä, wie kann ich das alles hier verhindern? Ich hab keine Ahnung, ich verohrere mein Leben hier gerade. Los! Das muss wirklich verpackt sein, ich kann nämlich auch gar nichts machen. Ich kann einfach nur fahren, oh man. Geh nicht mehr, hallo lass mich raus hier. Äh, jetzt verfehle ich den Punkt auch noch. Ah, Fortschritt unten rechts, stand da irgendwas. Ja, das ist da ein Dings-Fortschritt, Level-Fortschritt. Das ist da eine Stufe da. Da fahren wir jetzt auf einmal das Gleiche. Nein. Ich verfolge dich aber nur. Achso. Warte mal, kann man das denn hier beenden, wenn man hier hoch fährt? Ja, du kannst da rauf fahren, dann das betreten und dann musst du hier wieder rein. Und dann können wir dieses Duell machen. Ich fahr da hoch, aber da passiert nichts. Also ich kann da rauf fahren. Ich steh hier. Ich steh hier. Oh, ich steh hier. Auf der Karte. Am Tor. Oha, man kann hier das Fahrzeug probieren. Ich hab jetzt nen Porsche. Man kommt hier nicht raus. Ich fahr jetzt runter, bin im Porsche. Im lilanen Porsche bin ich. Abfahrt. Wo bist du denn gerade hochgefahren? Hier. Aber hier passiert bei mir nix. Keine Ahnung. Ich hab jetzt ein Duell angenommen. Alter Siegherriger in dieser Porsche. Holy shit. Ich hab jetzt ein Duell angenommen. Was müssen wir denn machen? Keine Ahnung, Digga. Ah, chillig, Digga. Das auf Herzig wird halt nicht mal repariert oder so. Nö. Alter, fetten Porsche hab ich hier. Der wird sich so gekauft, wenn der rauskommt. Der kommt ja irgendwie erst raus, schon da. Tschüss. Oh, Hurensohn. Ey, es gibt Windschatten. Was ist das denn für ne Scheiße? Das ist ja klar. Und Schüss. Alter, das ist das geilste Fahrzeug seit lang. Dieser übelste Eis. Den kann man safe auch geil tun. Wie lange geht die Scheiße jetzt? Oh, hier ist das Ziel. Perfekt. Kann ich jetzt wenigstens rausfahren? Ja, hier hinten, wo ich rausfahre, Digga. Ja, ob das jetzt geht bei mir? Ey, der ist wirklich die geilste Karre. Ah, jetzt funktioniert's, Digga. Anstatt, dass ich meine Suche abbrechen kann. Nee, hab gar keinen Bock gehabt. So, äh. Starte nochmal so'n Duell. Okay. Alter, ist die Karre geil. Direktes Duell gibt's nicht. Hä? Wieso gibt's denn das jetzt nicht? Ich kenn Spur, keine Ahnung. Oh, wie wir das schon gemacht haben oder so, keine Ahnung. Mach mal Spur. Ich hab jetzt direktes Duell gestartet. Heizmaul, Digga. Und ich kann's nicht verlassen. Ah doch. Was hast du jetzt gestartet? Spur. Hier steht jetzt nur warten. Kannst du mich irgendwie einladen oder? Ja. Ja. Habe ich sie, keine Ahnung, weiß nicht. Ah, das hat absolut nicht funktioniert. Hä, was ist jetzt Wachen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. An Rennfahrer. Aber. Aber. Ich hab jetzt 20 Kontrollpunkte überlegt. Ja. Perfekt. Danke. Wie malustott. Ich Tim. Ich hab mich mir absolut gerannt und ... Also eine andere Vorteile dadurch. Ich hab mansioniert. Wie im Wasser geht. Wie im Wasser trinkt. Alles betit ist. Ich hab den Wegpunkt verpasst. Warte mal auf mich. Ja, genau. Das kann nicht sein, hallo. Nein! Ja, genau. Warte mal, kannst du noch irgendwas starten? Direktes Will. Abfahrt. Ja, moin. Einfach komplett viel schneller als ich. Ja, hier Speed hab ich am Anfang genutzt. Ja, ich auch. Ja, moin. Das ist einfach ganz hier unten, Wagen. Oh, Alter, du Hurensohn. Blachen ist aufgegangen. Ah! Und im Ziel, da kennt er einen Hex. Oh, die Fatzensohn. Boah, Alter. Alter, ich kann da einsteigen und einfach einen Soundcheck machen. Ich bin mit deiner Karre auf der Teststrecke. Was? Ich bin mit deiner Karre auf der Teststrecke. WTF? Ist das bei dir noch, dein Auto? Mein Auto steht hier noch, ja. Ich bin damit jetzt auf der Teststrecke. Hä, steht da nicht? Nee, steht hier nicht. Ich bin angezeigt, aber steht hier nicht. Ich cruise damit jetzt. Wo ist dein hässliches Auto? Digga, wo ist dein Auto? Ich weiß es ehrlich nicht. Irgendwie vorne, keine Ahnung. Das ist eine untere Ebene.